Hallo und herzlich willkommen zu einem Jurassic World Evolution 2 News Video, denn wir haben einen super interessanten Screenshot über die Social Media Kanäle und über das Frontier Forum erhalten. Und zwar genau diesen, den ihr schon im Hintergrund sehen könnt. Das ist nämlich normalerweise so eine Screenshot-Serie, wo halt Dinosaurier aus dem Spiel ab und zu gepostet werden, ganz nah ran gesoomt an die Haut. Und da muss man halt erraten, welcher Dinosaurier das ist. Und ja, heute haben wir diesen Screenshot erhalten. Und wie wir alle wissen, es gibt noch keine gefiederten Dinosaurier im Spiel. Das heißt, das ist ein Dinosaurier, der ins Spiel kommen wird. Und ich denke mal, bei der Federfarbe und dem Federkleid können wir uns alle sicher sein, das ist der Pyroraptor von Jurassic World Dominion. Das heißt natürlich für uns, der Pyroraptor ist bestätigt, den werden wir bekommen. Vermutlich mit einem neuen DLC und auch noch weiteren Inhalten zum Jurassic World Dominion Film. Mega, mega cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass jetzt so ein Screenshot hier geteilt wird. Und man muss ja mal sagen, dass das Federkleid richtig, richtig gut aussieht. Also das sieht schon heftig aus. Da sind viele Details drin. Und ich bin dann auch echt gespannt, wie dann das Gesamtbild in-game aussehen wird. Also gefiederte Dinosaurier könnte ich mir schon richtig cool vorstellen. Und dann bekommen wir auch noch ein Update. Nämlich werden die Chaos Theory Karten in den Challenge Modus eingefügt. Das heißt, man kann dann die fünf Level oder Karten aus dem Chaos Theory Modus auch im Challenge Modus spielen in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Von leicht bis Jurassic. Ich glaube, das ist dann leicht, normal, schwer und Jurassic. Also alles wie gehabt. Welche fünf Karten das sind, das gucken wir uns gleich nochmal ingame an, würde ich sagen. Hier ist dann auch nochmal ein schöner Screenshot. Aber das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Und hier unten stand nochmal das Ganze mit No Your Dino. Also, dass der Pyroraptor dann ins Spiel kommen wird. Und das hier sind die fünf Karten, die wir bekommen werden. Nämlich eigentlich zu allen Jurassic Park und Jurassic World Filmen. Als allererste natürlich Jurassic Park 1. Das ist Isla Nubla 1993. Dann haben wir Jurassic Park 2 The Lost World. Das ist die San Diego Map, also in dieser Wüste. Mit diesem coolen Amphitheater in der Mitte. Dann haben wir die Isla Sorna Karte, Anlage B oder Side B. Das ist Jurassic Park 3 mit dem Spinosaurus. Und dann haben wir hier auch noch natürlich Jurassic World. Das ist wieder Isla Nubla, aber diesmal 2015. Und dann haben wir nochmal Jurassic World oder hier das gefallene Königreich. Das ist auch Isla Nubla, aber 2018. Also diese fünf Karten werden wir dann auch im Chaos Theory Modus, nee, nicht im Chaos Theory Modus, im Herausforderungsmodus spielen können. Also die können wir dann auch hier auswählen. Und ja Leute, das soll es jetzt auch mit diesem kurzen News Video gewesen sein. Ist natürlich mega spannend mit dem Pyroraptor, da freue ich mich mega drüber. Endlich gefiederte Dinosaurier und dann gleich noch so einen coolen in Jurassic World Evolution 2. Den Forenbeitrag, in dem das Ganze nochmal detailliert drin steht. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und falls es weitere News geben sollte, die nächsten Tage oder Wochen, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi